Ob es da hinten noch was gibt? Ein Animus auch? So, die sind beschäftigt mit Quasseln. Oh, da ist ein Hund. Was machen wir jetzt mit dem Hund? Wie können wir den Hund eigentlich... Das ist jetzt eine gute Frage. Dass der hier nichts macht. Er darf keinen Alarm auslösen. Ich glaube, ich kann... Kann ich was im Versteck eigentlich machen? Ich mache einen Attentat hier. Tut mir leid. Ich muss leider einen Attentat machen. Ich muss an dem Hund ja vorbei. So, das heisst, wir nehmen... Wir nehmen diese Pfeile. Ich weiss nicht, ob das... Okay, er löst zwar Alarm aus, aber... Es bringt da nichts. Der andere wäre jetzt vielleicht aufmerksam geworden. Okay. Gut. So. Der ist noch... Wie schaffe ich jetzt das mit dem? Ich muss den ablenken. Ja, ich habe keine andere Wahl. Ich muss den irgendwie ablenken. Ich habe die Möglichkeit... ...rüber zu springen. Ich muss schnell warten. Er dreht sich jetzt um. Okay. Wir werden zuerst den versuchen zu eliminieren. Ja. Okay. Wir machen das so. Ist halt nicht... ...schleichen, aber egal. Oh, da unten. Was hat es da? Da komme ich gar nicht hin. Was wäre das denn Schönes? Keine Ahnung. Und da fällt man halt, hä? Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, wir gehen auch nochmals zurück. Weil ich halt tatsächlich nicht weiss, was der andere hier möchte von mir. Ja, das... Ja, das... Okay, können wir da springen? Ich versuche mal schnell zu springen hier. Wow, okay. Aber das ist tatsächlich das, was wir brauchen, ne? Tatsächlich... Okay. Sehr gut. Ich weiss jetzt eben nicht, wenn ich da... ...weitergegangen wäre. ...ob dann fertig gewesen ist. Also, dass ich das hier... ...ja, nicht gemacht hätte. Und, äh... Ui, 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 das... Das war jetzt auch knapp. Also, ich möchte hier das eben auch noch schnell erkunden. Weil ich gerade nicht... ...ja, siehst du? Aha. Tada. So, jetzt... ...die Frage ist, wie komme ich jetzt da noch nach oben? Sorry. Ich hoffe nicht, dass der jetzt Alarm auslöst. Sieht er ihn? Ja, der wird ihn da sehen. Ja. Okay. Das war jetzt nicht so geplant gewesen, aber egal. Schnell nach oben. Hier drin hat's nix, ne? Ah, vielleicht... Oh, wir können... Oh, ah, okay. Das nächste Mal dann. Okay. Ah, sehr gut. Gehen wir unten durch. Und wir haben auch das letzte. Ja, wusste ich doch, dass ich doch da hinten noch... ...durch muss. Wir haben diese drei... ...Sachen beschafft. Und, dass wir hier... ...nicht mehr... Oh. Ah, und wir hätten auch hier durchgehen können. Okay, da sind wir dann schon bereits weiter. Sehr gut. Hey, cool. Nice Sache. Hätten wir das. Sind immer noch gut dran. Gehen da unten durch. Kriegering Bronze. Wir sind entdeckt worden halt, hä? Okay, langsam an die Vogelkäfig gehen vorbei. Und wir würden nicht aufzunehmen, in der Nähe zu alarmieren. Okay. Wenn ich aber oben bin... ...wollte mich eigentlich ja nicht hören, hä? So. Also langsam vorbeigehen. Dann passiert nichts. Einfach nicht rennen. Okay. Und ganz schnell drehen. Okay. Okay. Okay, nice. Schattengold. Haben wir das noch hingekriegt. Sehr schön. Wir sind draussen. Uh. Okay. Weiter geht's. Wir füllen zuerst mal wieder schnell auf hier. Und wir können... Ah, halt. Okay, gut. Ich hab schon... Hab schon verstanden. Wir füllen nochmal schnell auf. Ich kann ja nicht auffüllen. Hä? Warum? Es geht halt nicht, hä? Okay. Wir können nur einmal auffüllen, oder was? Munition voll. Ach so. Die hat... Das sind nur bestimmte Sachen. Ah. Okay. Gut. Das ist aber jetzt auch neu, hä? Das ist jetzt auch neu. Gut. Das sind die Lärmpfeile. Ich bin mal gespannt, wie viel mal ich die Lärmpfeile überhaupt brauche. So. Wir warten. Und wir werden nachher relativ schnell... ...s Verstecken. Das hat funktioniert. Wir müssen nach oben kommen auch. Okay. Das hat... Oh. Boah. Jetzt das war jetzt aber lucky. Ja. Sehr, sehr glücklich gewesen. Man hätte auch innen durch können. Ich eliminiere lieber mal einen mehr. Gell? Der springt... Warum springt der nicht? Okay. Wir machen es anders. Wir springen so. Ach. Okay. Gut. Sehr gut. Ich weiss gar nicht, wie viel es gibt. Die Frage ist, kommen wir auch direkt, wenn wir mit A das Ganze machen? Ob wir... Ob wir das merken. So ins nächste Versteck reingehen müssen. Oder ob wir das eben nicht mehr. Nein. Das merkt er nicht. So. Und das muss sehr, sehr schnell gehen jetzt. Also der muss jetzt weggehen. Oh. Der muss weggehen. Und ich muss sofort... Das klappt fast nicht. Doch. So würde es klappen. So würde es klappen. Und die Leiche ist auch gerade versteckt. Gut. Es gibt kein Assassinen Gold. Es gibt Assassinen Silber wahrscheinlich. Ich muss den jetzt auch eliminieren. Okay. Gut. Wir haben aber hier noch die nächste Truhe. Sehr gut. Und... Ja, da warten wir schnell, bis der wieder weg geht. Der sollte mich eigentlich nicht sehen. Der dreht sich jetzt nämlich wieder. Jawohl. Der dreht sich auch nicht um. Assassinen Gold. Trotz allem. Wir sind zwar entdeckt worden. Okay. Nicht so schlimm. So, dann machen wir einen Todessprung. Können wir hier aber auch noch... Ich wollte eigentlich zuerst noch schnell schauen. Okay. Ob wir da noch weit machen können. Aber auf jeden Fall nicht. Der Todessprung hier. Ist es fertig? Gao Feng ist tot, Sifu. Wie ist Ma Yongchen. Der Butcher. Gut. Unser Plan hat gearbeitet. Wer ist nächstes? Patience, sister. We must move carefully. Zhang Yong and his tigers control the Empire now. He is down two tigers after tonight. Gao Feng did not have the box. I did not retrieve it in time. Worry not, young one. We knew that was a risk. To allow yourself to be captured without the box would have meant certain death. We will get it back. Maybe the Templars will even lead us So, das war's, wir haben das hinter uns. Wir haben eigentlich fast alles auf Gold geschafft, ausser einmal Kriegerin auf Bronze. Finde ich jetzt nicht mal so schlecht, in dem Sinne. War doch gar nicht so schlecht. Hauptsächlich auf Schatten haben wir das Ganze gespielt. Haben noch zusätzlich Silpunkte von 200 Punkte bekommen, 1380 im Gesamten. Erweitertes Adlerauge haben wir noch bekommen. Upgrades für neues Spiel, mehr Wurfmesser. So, okay. Gut. Das sind die neuen Upgrades, die wir erhalten. Erweitertes Adlerauge, die Reichweite des Adlerauge, sodass Shaoyun mehr von ihrer Umgebung sehen kann. Unter der Decke hängen. Oh, das ist natürlich auch noch cool. Jetzt haben wir nur auf der Seite sein können. Durch den Blatt von hier abzulassen. Dicke X oder Y oder mein Latentat von oben dann natürlich. Okay, cool. Und dann noch mal. discutieren. Vielen Dank.